Eieieieieie Warum springe ich dann nochmal? Warum tue ich eigentlich immer diese Springtaste benutzen? Warum? Ich brauche mich hier gar nicht, nur um die Leiter hochzuklettern am Bauerstuhl, guck mal, viel zu weit, leck mich schon wieder voll ab. Oh, ich könnte ausflippen. Einfach stehen bleiben. Alter, mache Druck. Oh, ich könnte kotzen. Der ist nicht dort hochgegangen, da hat die wieder zurückgeschoben. Ach, ich könnte ausflippen. Eieieieiei. Oh, ich könnte ausflippen. Ach, ich könnte ausflippen. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt können wir hier nach rechts und dann können wir dann runter. Äh, nicht gut. Äh, nicht gut. Äh, nicht gut. Und jetzt? Hm. Oh ne, das war zu schnell. Ich glaube, das war zu früh. Ich glaube, das war zu früh. Aber wie? Und schlup. Nee, ich krieg's irgendwie nicht raus. Ja. 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 Ja.